Da war was. So, jetzt bist du dran. Wenn wir uns hier entdecken, sind wir geliefert. Hey, du bist dran? Ich seh schon, wie uns einer vorgesetzt wird und wie wir uns da rausreden müssen. Das wird nicht passieren. So, jetzt im Moment wieder. So, jetzt muss ich die Sonne ANSCHEEN, die ich nun der KlineANA wieder思考ene. So, jetzt bitte. So, jetzt bin ich noch nicht für dich. So, jetzt bin ich das einfach schon. So, jetzt bin ich auf dem Lektor. So, ich bin jetzt aus. So sind hier, wo ich auf dem Lektor. Vielen Dank.